Herzlich willkommen bei Roast Rebels. Ich bin Ingo Albrecht und heute stelle ich euch den Kaffee Bourbon Santos aus Brasilien vor. Es ist ein Kaffee, der fast allen Leuten schmeckt, denn er hat wenig Säure, hat den Geschmack von Schokolade, Nuss, Vanille und daher eignet sich der Kaffee auch sehr gut als Espresso, als Kaffeecreme oder in der Bialetti-Kanne oder in der French Press. Es ist ein Kaffee, der aus Brasilien kommt, im Gegensatz zu vielen Bohnen, die wir anbieten, ist jetzt der von einer grösseren Farm, von La Capoeirinha in Sul del Minas, welche schon seit ungefähr 50 Jahren Kaffee anbauen und das auch sehr professionell tun und daher mit den Kaffees auch schon viele Preise gewonnen haben oder auch der Kaffee ist regelmässig bei den Finalisten des Cup of Excellence von Brasilien. Es ist eine Yellow Bourbon, Arabica-Bohne. Sie ist natural, also trocken aufbereitet, was dem Kaffee auch diese Süße und eine gewisse Vollmundigkeit gibt. Ich empfehle den Kaffee mittel bis mitteldunkel zu rösten. Ich gehe in der Regel bis zum Beginn des Second Crack. Da hat dann der Kaffee wirklich diese Vollmundigkeit und auch diese schokoladigen, nussigen Noten sind sehr ausgeprägt. Die Röstprofile, weitere Informationen zum Kaffees findet ihr online unter roastrebels.com und wenn ihr weitere Fragen habt, dann freue ich mich sehr, von euch zu hören.